Das iRights Lab präsentiert Emmett in Transit, der Podcast über datengetriebene Mobilität. Hallo, wussten Sie, Innovationen in der Mobilität sind nicht immer nur gut. Hä? In der heutigen Folge schauen wir uns den sogenannten Rebound-Effekt mal genauer an. Ja, Rebound-Effekt ist tatsächlich was sehr Spannendes, dass die Leute immer wieder die Effizienz austricksen. Mit meinen beiden Gästen habe ich über diesen Effekt an konkreten Beispielen gesprochen. Was das für uns als KonsumentInnen bedeutet. Ja, wollen wir die Menschen erziehen, Technologie zu benutzen oder Technologie schaffen, die den Menschen hilft. Bei Emmett beschäftigen wir uns ja intensiv mit datengetriebener Mobilität. Und wir schauen auch hier einmal kritisch hin, ob es diesen Effekt auch bei uns in der datengetriebenen Mobilität gibt. Also im Moment ist es so, dass diese Fahrzeuge ungefähr zwischen einem und 19 Terabyte an Daten erzeugen, wenn sie eine Stunde fahren. Wenn man diese Daten übertragen würde, dann würde der Energieverbrauch explodieren. Braucht es immer Technologie, um unsere heutigen Mobilitätsprobleme zu lösen? Man kann Dinge auch einfach machen. Also man muss sie nicht unnötig kompliziert machen, das stimmt natürlich. Hallo und herzlich willkommen, Frau Levina. Wer sind Sie und was machen Sie eigentlich? Ja, ich bin aktuell Professorin für Wirtschaftsinformatik an der TH Brandenburg. Und meine Forschungsthemen sind Ethik der Digitalisierung relativ breit, natürlich auch Geschäftsprozessmanagement. Aber nicht nur die technische Seite davon, sondern eben auch die menschliche, die soziale und hier vor allem die Entstehung von sozialverträglichen IT-Artefakten. Wie kriegt man das hin, dass digitale Lösungen so gestaltet sind, dass sie möglichst inklusiv sind, dass sie auf die Bedürfnisse der Menschen eingehen und dass man auch ihre Risiken auch rechtzeitig abschätzt, bevor man sie auf den Markt bringt. Okay, und Herr Krall, wer sind Sie und was machen Sie? Ich bin Wirtschaftsingenieur von meiner Ausbildung her. Ich bin seit vielen Jahren am Fraunhofer Easy und leite dort das Geschäftsfeld Mobilität in einem Kompetenzzenter, das sich Nachhaltigkeit und Infrastruktursysteme nennt. Der Titel sagt es eigentlich auch schon, dass bei uns prioritär tatsächlich die Wirkung von Verkehrsinnovationen, von politischen Maßnahmen und anderen Handlungen auf die Nachhaltigkeit im Verkehr untersucht wird. Ich arbeite seit vielen Jahren in diesem Zusammenhang an Verkehrssimulationsmodellen, um das auch quantitativ abschätzen zu können, wie die Verkehrswende sich praktisch dann entwickelt über die Jahre hinweg. Und in dem Zusammenhang haben wir uns ganz intensiv damit befasst in den letzten Jahren, was der Punkt Digitalisierung hier noch dazu beitragen kann oder wo die Risiken dieser Entwicklungen dann auch liegen. Wir haben es beide quasi schon angesprochen, Digitalisierung und Risiken. Es ist nicht immer nur alles wunderbar und positiv. Wir gucken uns ja heute einen Effekt an, den ich sehr, sehr spannend finde und zwar den Rebound-Effekt. Und weil das vielleicht nicht jeder kennt oder versteht oder weiß, was das genau ist. Frau Levina, was ist der Rebound-Effekt und haben Sie vielleicht einen Lieblings-Rebound-Effekt, der Ihnen so richtig auf die Nerven geht? Ja, Rebound-Effekt ist tatsächlich was sehr Spannendes. Aus der Volkswirtschaft kommt das und es geht eigentlich darum, dass wenn etwas effizienter gestaltet wird, was wir ja irgendwie alle anstreben, dass das zu einem Missbrauch von diesem Gut kommen kann. Und das ganz erste Beispiel stammt noch aus dem 19. Jahrhundert. Es ging nämlich um die Dampfmaschine. Sie wurden immer effizienter gestaltet und dann hat man gedacht, gut, dann brauchen wir jetzt weniger Kohle. Aber nein, das kennen wir ja schon. Wenn etwas effizienter wird, wird es auch ein bisschen günstiger. Wenn es günstiger wird, dann steigt auch das Benutzen und somit ist natürlich auch der Verbrauch von Kohle damals nicht weniger geworden, sondern im Gegenteil ist stark angestiegen. Man hat es auch ganz gut gesehen. Das ist tatsächlich etwas, was mich immer wieder aufregt bei den Flugpreisen. Ja, die Motoren sind effizienter geworden von den Flugzeugen und alle haben sich gefreut. Wir können jetzt günstige Preise anbieten und effizient weniger Verbrauch und weniger CO2 ausstoßen. Was ist passiert? Die Flugpreise sind günstiger geworden und wir haben viel mehr Tickets gekauft und sind viel häufiger geflogen. Genau, verstehe. Herr Kreil, Sie beschäftigen sich ja auch mit der Mobilitätswende und auch damit, sie zu simulieren, zu gucken, wie wir da hinkommen. Da muss Ihnen der Rebound-Effekt ja immer wieder einen Strich durch die Rechnung machen, oder? Ja, einen Strich durch die Rechnung würde ich jetzt nicht direkt sagen, aber es hängt davon ab, wie dick der Strich ist. Also der ist zum Glück noch relativ klein in manchen Bereichen, aber er ist auf jeden Fall bemerkbar. Und das Schöne ist natürlich dann, wenn man an quantitativen Modellen arbeitet, dann kann man das auch ganz gut darstellen. Das heißt also, so ein typischer Rebound-Effekt, den wir eigentlich im Klimaschutz und im Verkehr haben, ist die Effizienz der Fahrzeuge. Also der Umstieg auf die Elektromobilität zum Beispiel bewirkt einfach deutlich geringere Betriebskosten der Fahrzeuge. Und das macht sich spürbar bemerkbar in steigenden Fahrleistungen dann am Ende. Die sind aber zum Glück nicht so hoch wie die Einsparungen. Das ist dann ein Rebound-Effekt, den man einfach mitnimmt, den man zur Kenntnis nehmen muss. Aber in manchen anderen Fällen, wie zum Beispiel das Flugbeispiel, was Frau Lewiner genannt hatte, ist es natürlich ein negativer Rebound, der dann auch entsprechend Klimaschutzbemühungen dann einfach torpediert. Und kann man das im Vorhinein direkt sehen sozusagen und simulieren, wie hoch so ein Rebound-Effekt sein wird? Wenn man jetzt gesamtverkehrlich schaut, dann ist es immer eine Frage tatsächlich, wie die Alternativen sich entwickeln. Also wenn ich jetzt positive Effizienzentwicklungen habe, beispielsweise beim Pkw, und ich habe die gleichen Effizienzentwicklungen nicht bei den anderen Verkehrsmitteln, dann führt es natürlich zu Fahrleistungen oder einem Mehr an Fahrleistungen dann beim Pkw. Habe ich das über alle Verkehrsmittel hinweg, dann beobachte ich vielleicht tatsächlich eine insgesamt steigende Fahrleistung, aber trotzdem ein Modelsplit, also eine Verteilung auf die Verkehrsmittel, die am Ende vielleicht gar nicht so böse und so negativ ist. Das heißt, das kann man nicht immer ganz genau sagen. Es hängt ganz stark davon ab tatsächlich, wie sich das Gesamtsystem dann entwickelt. Ich würde noch dazu ergänzen, dass ja diese Effizienzsteigerung ja meistens aus dem Ingenieurischen kommt. Also man freut sich dann immer, wenn man einen besseren Mechanismus geschaffen hat, einen effizienteren. Und dieser Link zu der Wirtschaftlichkeit, zu den Menschen, die das dann anwenden und wie das dann auf ihr Verhalten auswirkt, das hat bisher noch nicht so stattgefunden. Und deswegen hat man bisher aus meiner Erkenntnis das noch nicht mit berücksichtigt. Das heißt, die einen freuen sich über den Fortschritt, den mechanischen oder den technischen und die anderen nehmen dann eben die Daten auf und sagen, okay, ja, das hat jetzt aber zu etwas negativen Auswirkungen geführt. Und jetzt arbeiten wir, glaube ich, alle verstärkt daran, diese beiden Sichten zusammenzubringen und von Anfang an mit zu integrieren. Und dann könnte man das nämlich auch wahrscheinlich quantifizieren bzw. ein bisschen mehr mit berücksichtigen bei den Neuentwicklungen. Okay, jetzt haben wir ja eher allgemeiner über den Rebound-Effekt in der Mobilität gesprochen. Und ich will auf einen bestimmten Teilbereich nochmal hinaus und da nochmal ein Augenmerk drauf richten. Wir bei Emmett machen ja die Begleitforschung des M-Funds. Und da sind inzwischen 370 Projekte drin, die sich mit datengetriebener Mobilität beschäftigen, sind selber natürlich Technologie- und DatenliebhaberInnen bei uns. Und ich stelle mir aber trotzdem die Frage manchmal, sind diese ganzen Produkte der Zukunftsmobilität immer nur gut oder gibt es nicht da auch den einen oder anderen Rebound-Effekt, den wir da im Hinterkopf behalten müssen oder die ein oder andere Schattenseite? Und da bin ich über den Artikel von Ihnen gestoßen, Frau Livina, wo Sie das einmal ziemlich genau skizziert haben, wo auch die negativen Seiten liegen können. Genau, wenn Sie darauf kurz eingehen können, was da so die Kerntakeaways von Ihnen waren. Ja, also der Artikel hatte eigentlich zum Ziel zu sagen, okay, diese technologiegetriebene Zukunftssicht und die datenbasierte Zukunftssicht ist nett und schön und ist auch faszinierend. Und das funktioniert alles und da freut sich mein Ingenieurinnenherz. Nichtsdestotrotz müssen wir auch schauen, für wen ist die Lösung überhaupt da und damit habe ich mich beschäftigt. Also die datengetriebene Mobilität finden wir häufiger bei den Maßlösungen, Mobility-as-a-Service-Lösungen. Das heißt, es geht darum zu berechnen, was für eine Route passt für mich am besten, um von A nach B zu kommen, welches Fahrzeug oder beziehungsweise welche Fahrzeugskombination passt für mich am besten. Oder ich benutze eben bestimmte digitale Produkte, um diese Fahrzeuge überhaupt bedienen zu können. Und da sehen wir schon, es ist alles digital eben. Das heißt, alles auf die Menschen gerichtet, die mit digitalen Produkten umgehen können, sich schnell in diese einarbeiten können. Das scheint eher so ein Merkmal oder Merkmale zu sein von Leuten, die in den Städten wohnen und die relativ jung sind. Und wie die Studien zeigen, auch meistens männlich sind. Und dadurch sind ganz viele andere Gruppen ausgeschlossen von diesen Lösungen. Und darauf wollte ich mal aufmerksam machen. Herr Krall, sehen Sie das auch so? Also Sie beschäftigen sich ja auch viel mit Zukunftstechnologien, mit Mobilitätswende. Und ist Ihnen das auch schon mal begegnet, dass Sie sich gefragt haben, ist das eigentlich alles so cool? Also man neigt immer dazu, seine eigene Sicht auf die Dinge zu übertragen, auf andere. Und deswegen ist genau der Punkt, den Frau Lewiner gesagt hatte, natürlich ein ziemlich wichtiger. Deswegen ist es wahrscheinlich ziemlich schwierig, jetzt in den nächsten Jahren noch dann große Akzeptanz für solche Mobility-as-a-Service-Leistungen dann in der Breite der Bevölkerung zu erzeugen. Aber vielleicht braucht man das auch tatsächlich noch gar nicht in der kurzen Zeit. Und die Zeit spielt natürlich da ein bisschen in die Karten rein, was jetzt die Skills oder die Eigenschaften praktisch der Nutzer angeht, die auch in der Lage sind, diese digitalen Lösungen auch zu verinnerlichen für ihr tägliches Mobilitätsverhalten. Also ich glaube schon, dass wir in 20 oder in 10 Jahren vielleicht schon auch ein bisschen eine breitere, deutlich breitere Basis haben werden von Personen, auch die in der Lage sind, das zu nutzen. Das spielt eine große Rolle. Also Mobility-as-a-Service an sich bietet ja auch eine ganz große Chance, auch insgesamt für die Verkehrswende. Also dass man praktisch auch auf Basis von Effizienz, auf Basis von transparenten Informationen, die jetzt nicht nur die Preise betreffen oder die Fahrzeiten, sondern auch so Informationen zu Treibhausgasen, die dadurch verbunden sind oder damit entstehen mit meiner Nutzung, dass diese Dinge wirklich transparent beim Nutzer schon vor der Fahrt mit in die Entscheidung einfließen können. Und vor allem, dass man eine Wahl überhaupt hat. Es gibt ja auch heute noch tatsächlich viele Bereiche, in denen eigentlich die Wahlmöglichkeit zwischen verschiedenen Verkehrsmitteln gar nicht da ist. Und da ist einfach die große Chance auch für eine Verkehrswende da. Ja, da möchte ich gerne noch einhacken, dass ja in 30 Jahren vielleicht viele das schon können werden, mit den digitalen Geräten und Lösungen umzugehen. Die Frage ist, ja, wollen wir die Menschen erziehen, Technologie zu benutzen oder Technologie schaffen, die den Menschen hilft? Also mein Ansatz ist eher der zweite. Ich möchte nicht unbedingt die Menschen dazu trainieren, sich mit den Smartphones besser auszukennen, sondern im Gegenteil. Also wir wollen ja ein Problem lösen oder mehrere Probleme. Einmal die Mobilitätswende, zum anderen dann natürlich Klimaschutz und natürlich das Kernproblem Mobilität, individuelle Mobilität. Und wie wir das lösen, das probieren wir gerade aus. Mobility as a Service ist eine der Möglichkeiten. Daten sind auf jeden Fall sinnvoll und wichtig. Die Frage ist nur, wie wollen wir sie einsetzen? Wofür wollen wir sie einsetzen und auf welcher Ebene eben individuell oder herstellen oder Politik? Also das gilt noch festzuzuhören. Ja, ein bisschen natürlich versuchen die Hersteller natürlich auch nach der Nachfrage zu schauen und zu gucken, dass sie einen Markt generieren und möglichst alle mitnehmen dabei. Deswegen, glaube ich, wird das schon auch schon mitgedacht, dass dann möglichst genau das, was sie eigentlich gesagt haben, was sie präferieren würden, dass das auch dann wirklich so umgesetzt wird. Also diese hochtechnischen, hochkomplizierten Lösungen, die werden auch wahrscheinlich zukünftig nur einen kleinen Teil eigentlich dann der Nachfrage wirklich begeistern können. Und es sind halt nicht nur die entsprechenden Männer in den jüngeren Altersklassen, die in den Städten wohnen, die dann wirklich die potenzielle Nachfragegruppe sein sollte, weil das ist ja einfach deutlich zu wenig. Also meine Hoffnung ist auch, dass es dahin geht. Im Moment ist es noch etwas anders, das stimmt natürlich. Ist das auch wieder so ein Dilemma zwischen, dass Hersteller ja natürlich gewinngetrieben sind und vielleicht nicht die gesamtgesellschaftliche Tragweite und nicht jede einzelne Person im Blick haben können ja eigentlich auch, während eigentlich die Mobilitätswende es erfordert, dass quasi alle mitgenommen werden? Ja genau, also das ist ganz klar und viele Städte haben es auch erkannt, dass wenn man diese Mobility-as-Service-Unternehmen alleine laufen lässt, dann ist das nicht fördernd für die gesamte Gesellschaft, weil eben sowas wie Randbezirke vergessen werden oder Menschen, die sowieso Mobilitätseinschränkungen haben, gar nicht berücksichtigt werden. Was auch aus der Sicht der Unternehmen komplett nachzuvollziehen ist. Sie wollen ihren Gewinn steigern. Und deswegen haben die Städte gesagt, gut, das ist aber unser Auftrag, allen die Mobility zu ermöglichen und kooperieren deswegen mit diesen Herstellern und Unternehmen. Zum Beispiel, indem sie ihren ÖPNV-Netz mit an diese Unternehmen anschließen und das mitfinanzieren sozusagen. Das heißt, durch ihnen die öffentliche Hand nehmen. Und das geht eigentlich nur so wahrscheinlich durch die Querfinanzierung, weil ja, wir wissen alle, es ist schwierig, alle mitzunehmen und das auch noch gewinnbringend zu machen. Deswegen ist das durchaus ein Weg, den viele Städte schon gehen und eben so ein Hybrid fahren. Gewinnorientiert versus gemeinwohlorientiert. Ich glaube, Sie hatten diesen Begriff Digital Solutionism auch in diesem Artikel erwähnt. Im Sinne von, wir versuchen Probleme einfach erstmal digital zu lösen, weil es unser Weg ist, Probleme zu lösen. Würden Sie sagen, dass wir einige Probleme, die wir haben, die wir auch mit der Mobilitätswende anpacken müssen, eigentlich durch nicht-digitale Produkte auch zu lösen wären? Vielleicht Herr Kreil einmal dazu auch? Ja, also man kann Dinge auch einfach machen. Also man muss sie nicht unnötig kompliziert machen, das stimmt natürlich. Aber wenn man in der großen Masse das hinbekommen möchte, was man eigentlich hinbekommen möchte, eine effizientere Nutzung eigentlich der Rohstoffe und wegkommen möchte von diesem Schema, das man heute hat. Ein Haushalt hat seinen eigenen Pkw, die private Motorisierung ist das dominierende Mobilitätsbild. Dann braucht man einfach auch diese digitalen Lösungen insgesamt, weil ansonsten ist das Mobilitätsbedürfnis, das man heute hat, zukünftig nicht abzudecken. Das ist meine persönliche Meinung. Vielleicht sieht es Frau Levina anders, aber ich glaube wirklich, dass wir diese Lösung brauchen. Und deswegen gilt es halt, die so effizient wie möglich auch tatsächlich in den Markt zu bringen. Ja, ohne Frage. Effizient ist etwas, was aus der Ingenieurwissenschaft kommt. Das ist definitiv quantitativ und das basiert auf Daten. Das heißt, da kommen wir auf jeden Fall nicht drum herum. Digitale Lösungen, damit können wir vieles einfacher machen. Warum nicht auch die Mobilität und eben dieses Technological Solutionism mit dieser Klappe dann eben versucht haben, auch diese Lücke zu stopfen. Ist natürlich ein Versuch wert. Es war ein bisschen ein Wildwuchs am Anfang, wie wir das mit den E-Scootern gesehen haben, dass das einfach mal schon in die Hose ging. Bis viele Städte gesehen haben, gut, es geht nicht nur um Digitalisierung, es geht nicht nur um Motorisierung, sondern es gibt auch andere Wege und zwar auch individuelle Wege. Man kann nicht sagen, das, was Helsinki macht, das kann auch Berlin machen, sondern es muss eine individuelle Lösung zusammen mit den Unternehmen gefunden werden. Das heißt nicht, wir müssen alle zurück in die Steinzeit und nur noch laufen, sondern irgendein nachhaltiger Kompromiss muss gefunden werden für jede Stadt, für jede Region. Ein eigener, sehr wahrscheinlich. Und ja, wir haben uns jetzt daran gewöhnt, in den letzten, würde ich sagen, 10, 15 Jahren sehr mobil zu sein. Wann wir wollen, wohin wir wollen. Die Entfernungen spielen keine Rolle mehr. Also ob wir jetzt acht Stunden fliegen, ist für uns langsam auch schon normal geworden oder möglich geworden. Aber das ist auch eine Frage. Wollen wir das so beibehalten? Möchte ich komfortabel zu jeder Tageszeit überall da sein, wo ich gerade möchte oder kann ich warten? Ja, ich glaube, wir sind insgesamt sehr viel schlechter darin geworden zu warten. Kann ich auch auf jeden Fall von mir selber sagen. Ich glaube, ich konnte das irgendwann mal besser. Wir waren jetzt gerade hier schon bei dem Aspekt von Mars, aber es gibt ja noch andere Technologien, die auch Rebound-Effekte haben können. Und da ist die Vehicle-to-X-Kommunikation, also ein Auto, ein autonom fahrendes Auto, tauscht Daten aus mit Infrastruktur oder mit anderen Autos. Und dass das auch dazu führen kann, dass eben sehr viele Daten gespeichert, verarbeitet, ausgetauscht werden müssen und das einen sehr großen Energiebedarf hat. Zufälligerweise haben wir jemanden hier, der sich damit sehr intensiv beschäftigt hat. Herr Kreil, Sie hatten ja diesen Effekt sehr genau unter die Lupe genommen. Können Sie einmal Ihre Studie umreißen und dann so Ihre Takeaways daraus einmal erklären? Ja, kann ich gerne machen. Vielleicht muss ich ein bisschen länger ausholen. Ich versuche es aber trotzdem so kurz wie möglich zu halten. Vor ungefähr zwölf Jahren hatte ich in einem europäischen Workshop mit Kollegen aus anderen Fachbereichen gesprochen. Und viele sind zum Schluss gekommen, dass die größten Chancen und Risiken in der Digitalisierung liegen. Der Antriebswechsel bei Fahrzeugen, der ist wahrscheinlich deutlich weniger gewichtig als das, was so durch den Block Digitalisierung, Automatisierung und Vernetzung kommen kann. Da es zu diesem Zeitpunkt noch keinerlei Studien gab über Umweltwirkungen von Automatisierung und Vernetzung im Verkehr, haben wir versucht, das mal zu machen und eine relativ ausführliche Studie für das BMDV gemacht, bei der wir uns aber sehr stark beschränkt haben, nur auf das, was im Sektor Verkehr passiert. Das ist aber nur eine Seite der Medaille natürlich, weil man natürlich durch die Digitalisierung auch in anderen Bereichen, im Mobilfunk, bei Rechenzentren im Backend natürlich entsprechenden Energieverbrauch und damit auch Emissionen erzeugt. Und diesen Teil haben wir praktisch dann ergänzt in einer fortführenden Studie für die Agora-Verkehrswende, die letztes Jahr veröffentlicht wurde unter dem Titel Autotankt Internet. Und das ist dann so eine Markthochlaufkurve gemündet, bei der rausgekommen ist ungefähr, dass bis zum Jahr 2050 circa ein Drittel ungefähr der Pkw vollautomatisiert oder fahrerlos fahren könnten im Bestand. Bei den Lkw oder bei den gewerblich genutzten Fahrzeugen ist es deutlich mehr. Und dadurch entsteht natürlich, das hat man in Feldstudien herausgefunden, ein gewisses Effizienzpotenzial. Zum einen, weil die Fahrzeuge nicht mehr so schnell auf den Autobahnen fahren können. Das ist ein Faktor, weil die Sensoren nicht so weit nach vorne schauen können. Ein anderer Faktor ist, dass die Fahrzeuge harmonischer fahren, besonders stark beschleunigen, besonders stark abbremsen. Das werden die Fahrzeuge zumindest beim Abbremsen nur noch in Notfällen tun. Diese Effizienzvorteile, die sind bis dato nur nicht quantifiziert worden. Wir haben das versucht und herausgefunden, dass da schon bis zu 16 Prozent Verbesserung entstehen kann. Aber auf der anderen Seite natürlich genau muss man auch berücksichtigen, was lädt man sich dann zusätzlich auf. Also die Fahrzeuge werden schwerer, Sensoren sind verbaut, es sind Festplatten da drin, große Recheneinheiten, die vorher noch nicht drin waren. Die verbrauchen natürlich auch Strom. Und was wir herausgefunden haben, ungefähr ein Drittel dieser Einsparungen, der geht wieder drauf. Und dann haben wir uns auch angeschaut, was dann mit der Vernetzung noch passiert, wenn man wirklich dann alle Daten rüberspielen oder sehr viele Daten rüberspielen über Mobilfunk oder eine WLAN-Infrastruktur. Und das dann kann sehr eklatant sein. Also im Moment ist es so, dass diese Fahrzeuge ungefähr zwischen einem und 19 Terabyte an Daten erzeugen, wenn sie eine Stunde fahren. Es geht einfach nicht, dass alle diese Daten übertragen werden. Wenn man diese Daten übertragen würde, dann würde der Energieverbrauch explodieren. Aber die Chance besteht zukünftig, vielleicht ab 2030, ab 2040, dass am Ende Energieeinsparung hinter dem Gleichzeichen steht. Und das ist die große Chance dabei. Aber man muss ganz deutlich sagen, im Moment sieht es noch nicht so aus. Da sehe ich auch ganz spontan eine sehr große Chance oder Potenzial für einen Rebound-Effekt aus der Diskussion mit den autonomen Autos. Und die Menschen träumen ja davon, dass sie gefahren werden und können im Auto alles machen, was sie wollen. Zum Beispiel eben auch Videos anschauen und Musik hören. Und da kommt natürlich, wenn man noch weiß, okay, theoretisch spare ich ja 20, 50, 16 Prozent der Energie ein. Dann kann ich ja ein bisschen was gucken. Und dann werden wir unseren Datenvolumen, das wir austauschen oder die Autos mit der Infrastruktur austauschen wollen, ganz schnell wieder in die Höhe treiben. Ja, das ist noch ein weiterer Faktor. Das ist zum Beispiel jetzt bei den Untersuchungen, die wir gemacht haben, gar nicht berücksichtigt, dass sowas wie Infotainment oder die Chance für fahrfremde Aktivitäten praktisch, also für Videoschauen oder andere Dinge oder zu arbeiten, dass die noch gar nicht da berücksichtigt sind. Und auch hier müsste es dann im Prinzip so sein, dass die Hersteller stärker reguliert werden, bevor die Technologie so richtig den Markthochlauf bekommt, dass man quasi noch vorher Standards gesetzt hat. Oder wo muss man quasi die Hersteller regulieren, damit sich der Rebound-Effekt zu mindestens Grenzen hält? Ja, was die Datenübertragung angeht, muss man wahrscheinlich regulieren. Das, glaube ich, geht nicht anders. Was jetzt den Energieverbrauch der Fahrzeuge angeht, da ist, glaube ich, der Hersteller selber getriggert, das zu lösen, weil natürlich der Antriebswechsel auf die batterieelektrischen Fahrzeuge natürlich auch praktisch mit Reichweiteneinschränkungen einhergeht. Und je stärker der Verbrauch der Fahrzeuge on board ist, desto weniger weit kommen die Fahrzeuge, desto weniger attraktiv sind die für die Nutzer und weniger stark werden die auch nachgefragt. Das heißt, da gibt es schon auch positive Rebound-Effekte, sage ich jetzt mal, die dazu führen, dass die Hersteller vielleicht hier schon Effizienz vielleicht etwas höher hängen. Also ich finde, wir haben hier noch den Luxus, uns noch die Sinnfrage zu stellen, bevor wir mit der Regulierungskeule kommen. Und zwar zu fragen, ja, muss das denn auf den Konsumenten, Konsumentinnenmarkt überhaupt raus, diese Technologie? Was bringt mir das? So ein Use Case, wenn wir mal wirtschaftlich denken, was kostet mich das und was bringt das? Und so eine Vehicle 2X-Infrastruktur ist unglaublich teuer. Und das heißt, allein schon die Frage, wer soll das bezahlen, wer will das bezahlen, wer kann das bezahlen, ist, glaube ich, schon mal eine ganz realistische Hürde, die wir hier haben werden. Und mal angenommen, dass diese Infrastruktur würde dann entstehen. Was bringt mir das als Fahrerin oder Fahrer, dass mein Auto kommuniziert? Okay, Herr Greil meint, wir sind dann effizienter und können dann ruhiger fahren. Ist das für mich so ein großer Gewinn, dass ich ein Auto kaufe, das viel teurer ist und vielleicht auch größer? Mal schauen, am Anfang werden sie wahrscheinlich jetzt nicht sehr schlank und wendig werden, die Autos, sondern mit großen Sensoren auch ausgerüstet sein, mehr oder weniger. Wobei die Technologien sich natürlich super ist. Wenn wir jetzt von LKW-Colonne sprechen, die sanfter fahren, die effizienter fahren, dann ist es ein viel größerer Gewinn, als wenn das die Privatfahrzeuge tun. Oder wenn man schon ruhig und eintönig fahren möchte, warum nimmt man dann nicht die Schiene? Die Infrastruktur ist da. Die muss man modernisieren, vielleicht ein bisschen ausbauen, aber ich vermute, die Kosten werden die Kosten von Vehicle 2X-Infrastruktur nicht übersteigen. Jetzt mal Pi mal Daumen geschätzt. Da will ich auch wieder auf diesen technologischen Solutionismus zurückkommen. Muss das denn sein? Also muss das denn sein für mich als Konsumentin? Brauche ich das? Muss das denn sein für die Umwelt, wenn ich die ganze Infrastruktur auf den Kopf stellen muss und mehr Energie und Daten habe? Ja, und muss das denn sein? Es gibt doch schon eine Lösung. Gute Frage. Also absolut berechtigte Frage. Und ja, also wenn ich mich heute in den Zug setze, dann ist das für mich persönlich wie autonomes Fahren. Das ist natürlich auch klar. Ich muss mich nicht aufs Fahren konzentrieren. Also warum nicht? Berechtigte Frage. Wie gesagt, auf lange Sicht gesehen sind wir schon auch zum Ergebnis gekommen, dass es Energieeffizienzvorteile hat, wenn man dieses System implementiert. Die sind zwar nicht so groß. Wir sind davon ausgegangen, dass wir so ungefähr bis zu zweieinhalb bis drei Prozent Energie einsparen können auf die lange Sicht. Man muss den Weg bis dahin einfach entsprechend anpacken und wissen, was auf einen zukommt. Und deswegen ist die Regulierung halt in der kurzfristigen und mittelfristigen Perspektive sehr wichtig. Also ob die Nutzer das am Ende wollen, entscheiden die Nutzer wahrscheinlich am Ende selber. Der große Vorteil gegenüber dem System oder dem Umsteigen auf die Bahn ist ja, dass ich praktisch mit diesen automatisierten Fahrzeugen zukünftig natürlich Lösungen habe, die mich von Tür zu Tür bringen. Das ist das, was die Bahn eigentlich schon seit vielen Jahren will. Also ich habe vor 20 Jahren mal ein Assessment Center bei der Bahn gemacht. Da ging es auch schon ganz extrem darum, wie kriegen wir Tür zu Tür Lösungen hin. Und das ist das auch tatsächlich, was hinter dem Komfort sich auch verbirgt und warum am Ende die Verkehrsleistung bei der Bahn vielleicht nicht so stark gestiegen ist wie beim Pkw. Und dann ist neben dem Komfort natürlich noch ein weiterer Aspekt dabei, der vielleicht jetzt hier noch nicht so aufgetaucht ist, das ist die Sicherheit. Also wir haben natürlich dann in den automatisierten Fahrzeugen ein deutlich größeres Sicherheitsspektrum als in den menschlich bedienten Fahrzeugen. Vielleicht schwebt bei dem einen oder anderen die Pressemitteilung über irgendwelche Unfälle von automatisierten Fahrzeugen noch im Hintergrund. Aber wenn man sich die getesteten Fahrzeugkilometer anschaut im Vergleich zu den Unfällen, die damit produziert worden sind, dann sind die deutlich, deutlich geringer. Es gibt diverse Untersuchungen, die gehen davon aus, wenn wir vollautomatisierte Fahrzeuge haben werden, dann sinken die Unfälle um 90 bis 100 Prozent. Das ist natürlich auch noch mal ein weiterer Aspekt. Wir wollen ja auch Verkehrssicherheit haben. Also vielleicht könnte das noch ein weiteres Kaufkriterium am Ende sein. Aber die Hoffnung, die auch ein bisschen dahinter noch mitschwingt, ist, wenn die Fahrzeuge irgendwann so weit sein sollten, dass die alle miteinander vernetzt sind, dann haben wir auch große Vorteile bei der Effizienz der Nutzung der Fahrzeuge auf den Straßen. Im Moment ist es ja so, dass wir ungefähr zwischen 8 und 15 Prozent der Fahrleistung in Stau bzw. in dicht gedrängten Verkehr verbringen. Und genau diese 15 Prozent will man ja auch reduzieren. Das kooperative Fahren, also das Fahren, in dem praktisch die Fahrzeuge automatisiert sich bewegen und miteinander kommunizieren, wollen sich auf den Verkehrsfluss einpassen. Das ist ja auch das, wo man zukünftig eigentlich mal irgendwann hinaus will. Wenn man im Stau steht, dann synchronisiert man sich automatisch. Da kann man nicht viel machen. Genau, diese Sicherheitsstudien, die gibt es. Die sind aber relativ selten in einem urbanen Kontext. Es geht um die Schnellstraßen, um die Straßen, die relativ einfach zu bedienen sind von autonom fahrenden oder von automatisiert fahrenden Fahrzeugen. Also in der Stadt ist mir das noch nicht ganz klar, wie das sicherer sein sollte. Vor allem, wenn man sich das Chaos zu den Stoßzeiten hier anschaut aus Scootern, Fahrrädern, Fußgängern, die zwischen den Autos auch rausspringen und so weiter. Das ist schon eine große Herausforderung. Und es wäre schön, wenn es tatsächlich in die Richtung gehen würde, Sicherheit. Genau, aber es ist ja noch relativ weit weg. Der Angelpunkt ist hier dieses individualisierte Fortbewegen, dass wir uns ins Auto setzen und dann schön alle brav in einer Reihe im Stau stehen, egal ob automatisiert oder selbst gefahren. Was kann man da machen? Kann man da was machen? Und will man da was machen? Also ich denke, politisch gesehen, will man da was machen? Sonst gäbe es ja keine Verkehrswende. Genau, und was macht man mit dieser letzten Meile? Sie sagten, das überwindet man meistens mit dem Pkw, um diese große Flexibilität zu erhalten. Das ist tatsächlich ein Punkt, den viele Transport- oder Verkehrsunternehmen versuchen jetzt zu kitten mit den zahlreichen Vehikeln, die auf der Straße sind. Es scheint noch nicht so der letzte Satz gesprochen worden zu sein. Es gibt wohl keine gute Lösung, sondern immer wieder individuelle Anpassungen, wie das am besten klappen soll. Immer stets individuell komfortabel von A nach B zu kommen. Also das sind Anforderungen, die wir auch mit dem Mix an Fahrzeugen noch nicht sehr gut erfüllen können. Automatisierte Fahrzeuge aus meiner Sicht können es auch nicht sehr gut erfüllen, weil wenn man synchronisiert fährt, dann ist es für mich wie so eine Art Eisenbahn eben. Was ist dann der Vorteil? Also man sitzt in seinem eigenen Abteil, ja. Also Auto, aber muss das ein Auto sein? Das ist für mich jetzt auch keine goldene Lösung. Und was bei den automatisierten Fahrzeugen auch schon untersucht wird, simulationsmäßig natürlich, diese Rebound-Effekte, dass wenn es komfortabel ist zu fahren, dass die Leute noch weiter wegziehen aus den Städten raus. Das heißt, die Pendelstrecke vergrößert sich, der Ausstoß natürlich entsprechend auch. Es bleibt, dass die Leute immer wieder die Effizienz austricksen und vielleicht auch in die Richtung, die nicht sehr umweltfreundlich ist und auch nicht zur Mobilitätswende beiträgt, weil man dann ja trotzdem im Auto sitzt. Ja, da muss ich, glaube ich, doch noch was dazu sagen. Ich bin jetzt kein absoluter Befürworter der Technologie. Ich verspreche immer nur tatsächlich relativ viel davon, dass wir von unserem jetzigen System einfach wegkommen. Das jetzige Mobilitätsbild ist dominiert einfach durch den privaten Pkw. Insgesamt 48 Millionen Pkw ist zugelassen in Deutschland, bei 83 Millionen Bevölkerung, Tendenz steigend, immer noch steigend. Und das zeigt einfach tatsächlich, dass wir hier auf einem Komfortlevel uns bewegen, von dem es relativ schwierig wird, wieder runterzukommen, wenn wir nicht entsprechend auch technische Lösungen anbieten. Es ist natürlich die Frage insgesamt, ob die Nutzer tatsächlich die Systeme so auch tatsächlich dann nachfragen oder nicht. Wir können auch gar nicht jegliche Fahrleistung, die im Moment mit dem Pkw zurückgelegt wird, auf die Schiene verlegen. Dafür sind die Infrastrukturen nicht ausgelegt. Und wenn man die so ausbauen wollte, dass sie in der Lage wären, das zu bedienen, dann müsste man noch sehr, sehr viel mehr investieren als das, was Sie geschildert haben, was in den Investitionen in die Vehicle-to-X-Infrastruktur notwendig wäre. Also da ist das, was in meinen Zahlenwelten sozusagen kursiert, doch deutlich geringer tatsächlich, was den Aufwand angeht. Zudem ist es natürlich auch so, dass die Ausgestaltung dieser Infrastruktur eigentlich auch gar nicht unbedingt notwendig ist. Die Fahrzeuge können auch ohne automatisiert fahren und miteinander vernetzt kooperativ fahren. Wenn die Infrastruktur involviert ist, dann ist es noch viel effizienter möglich. Also sprich, wenn die Ampeln entsprechend ihre Vernetzungen haben, was ja auch reguliert ist, dass die neu aufgebauten Ampeln alle diese Funktionalität haben müssen, dann ist es natürlich viel besser möglich, wenn man sich einer Ampel nähert und das Fahrzeug weiß, welchen Status es haben wird in zwei Minuten, dann kann es sich besser darauf einstellen und kann effizienter zu der Ampel hinfahren. Und der Verkehrsfluss wird insgesamt verbessert. Nochmal, um es zusammenzufassen, die Chance, dass man von diesem Pkw im Privatbesitz einfach abkommt und sein Mobilitätsbedürfnis dann auch decken kann, mit einer Kombination aus Verkehrsmitteln. Dazu zählt auch die jetzige Bahn, dazu zählt auch der öffentliche Personennahverkehr, dazu zählen auch Elektro-Kleinstfahrzeuge, aber auch die automatisierten Shuttles, idealerweise geteilt, idealerweise elektrifiziert. Das ist ein großes Puzzlestück, was es eigentlich braucht aus unserer Sicht, also nicht aus meiner Sicht, um tatsächlich die Verkehrswende auch so zu schaffen, dass man auch ressourcenoptimal unterwegs ist. Ja, Herr Krall, Sie meinten gerade, das autonome Fahren ist ein Puzzlestück für eine Mobilitätswende. Frau Levina, wie würde die Mobilitätswende bei Ihnen aussehen, wenn Sie das orchestrieren könnten, wenn Sie da die Fäden in der Hand hätten? Ja, ich würde versuchen, heute, gestern schon anzufangen, und zwar bei den Menschen, weil es geht hauptsächlich hier um diese individuelle Mobilität und es geht darum, dass wir das Komfortbedürfnis haben, das Mobilitätsbedürfnis haben und wir sollten langsam vielleicht auch Mechanismen entwickeln, diese Bedürfnisse zu priorisieren und zu verstehen, was steht denn dahinter, wenn ich dieses Bedürfnis mir jetzt in dieser Form erfülle, sei es jetzt steige ich in den Zug, steige ich in ein Auto, um fünf Minuten zum Supermarkt zu fahren, nehme ich ein Fahrrad oder einen E-Scooter. Die Mobilitätsentscheidungen erst mal ganz hinterfragen und dazu gehört natürlich die gesamte Gesellschaft, also auch die Arbeitgeber und die Arbeitgeberinnen. Wo möchte ich meine Mitarbeitenden haben? Möchte ich sie alle an einem Ort haben? Es reicht das, wenn sie von zu Hause arbeiten. Ja, wie soll ich das unterstützen, dass die Mobilität sinnvoll ist? Bei Geschäftsreisen zum Beispiel ist jede Geschäftsreise sinnvoll. Also es geht bei mir, bei den Individuen los, also bei den Menschen und die Frage, muss ich mich bewegen und wenn ja, wie mache ich das? Und was steht dahinter, hinter meiner Entscheidung? Das heißt, was kostet das die Umwelt? Also nicht nur, was kostet das mich, meinen Geldbeutel? Das ist natürlich bei uns allen im Kopf, aber was kostet das die Umwelt und was bedeutet das für die Gesellschaft? Und Herr Krei, wie ist es bei Ihnen? Flitzen wir in Zukunft nur noch mit autonomen Autos durch die Gegend oder ist da noch mehr Mobilitätswende in Ihren Wunschvorstellungen? Ja, in meinem Wunsch ist da schon sehr, sehr viel mehr. Also das wäre, glaube ich, dann wirklich furchtbar, wenn wir uns alle nur noch in den Fahrzeugen bewegen würden. Also ich sehe tatsächlich das relativ vielfältig, auch mit entsprechend positiven Ergebnis auf den Platzbedarf, den wir in Städten, aber auch in anderen Bereichen haben, weil natürlich nicht so viele parkende Autos mehr da stehen. Idealerweise auch tatsächlich dann jeder so gut informiert ist, dass ich auch wirklich gut entscheiden kann, ob ich das auch wirklich zurücklegen muss, diesen Weg, beziehungsweise wie ich ihn vielleicht effizienter und vielleicht am Ende sogar vielleicht kostengünstiger und schöner einfach für mich zurücklegen kann. Persönlich finde ich, dass man sich auch ein bisschen Zeit nehmen kann, durchaus auch mal für Mobilität. Dass Verkehr auch wieder eine Möglichkeit gibt, sich zu begegnen, nicht nur in überfüllten Gefäßen, wie es teilweise heute im öffentlichen Verkehr oder zumindest vor Corona der Fall war. Und da sind solche kleineren Gefäße, wie beispielsweise Sechssitzer, automatisierte Shuttles, vielleicht auch eine Lösung. Vielleicht ist das einfach das Puzzlestück, was es braucht, um dann auch wirklich von diesem Mobilitätsbild, das wir heute einfach haben, wegzukommen. Aber ich gebe Ihnen vollkommen recht, Frau Lewina, erst mal nachdenken, was man wirklich braucht, ob man es wirklich braucht, ist wirklich das Allererste und sollte auch das Wichtigste sein. Na, das war doch ein spannendes Für und Wider zwischen den beiden. Was denken Sie, was ist Ihre Meinung? Wie sollten wir Mobilitätsprobleme am besten lösen? Sollten wir eher bei unserem eigenen Verhalten ansetzen oder brauchen wir eine flächendeckende technologische Lösung? Oder beides? Apropos autonomes Fahren. Wir haben auf Emmet.io eine Artikelserie für Teststrecken für autonomes Fahren zusammengestellt mit allen 28 Teststrecken, die es aktuell in Deutschland gibt. Also, wenn es Sie interessiert, wo jetzt schon autonome und vernetzte Autos in Deutschland unterwegs sind, dann schauen Sie gerne rein. Bis zum nächsten Mal bei Emmet in Transit. Emmet in Transit ist der Podcast der M-Fund-Begleitforschung des unabhängigen Thinktanks iRights Lab und wird gefördert vom Bundesministerium für Digitales und Verkehr. Redaktionelle Umsetzung und Produktion iRights Lab, Henrik von Holtum und Jan-Paul Herzer. Mehr Infos auf emet.io und iRights-Lab.de. Die Episoden stehen unter der Creative Commons Lizenz Namensnennung.